Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 20. Oktober. Gut, wir beginnen am heutigen Freitag zunächst mit dem Monatschart im DAX, wo der DAX hier unter den Fibonacci-Fächer sowie auch unter die Unterstützung bei 15.200 Punkten im laufenden Monat Oktober gefallen ist. Wir konnten zudem hier den 10er EMA im Monatshoch nicht nachhaltig zurückerobern. Wir konnten nur kurzfristig über den 10er EMA ansteigen, in der Folge ging es dann wieder abwärts, was eben auch ein langfristiges bärisches Signal ist. Die Lage hat sich also hier langfristig deutlich eingetrübt, wobei zu beachten ist, dass die Schadtechnik aktuell in den Hintergrund rückt. Im Vordergrund steht aktuell vor allen Dingen die weitere Entwicklung im Nahostkonflikt. Wir machen dann weiter mit dem Wochenschart im DAX, wo wir uns mehr und mehr der oberen Begrenzung sowie hier dem unteren Fibonacci-Fächer im Wochenschart. In diesem Bereich sollte der DAX dann wieder drehen, damit sich die Lage dann langfristig wieder aufhellen kann. Kommt es hier doch zu einem Durchrutsch nach unten und fallen wir möglicherweise auch noch unter die Ikemoku-Wolke nach unten durch, würde sich die Lage natürlich langfristig deutlich eintrüben. Und es wäre dann unwahrscheinlich, dass der DAX dann durch diese dicke Ikemoku-Wolke hier wieder in Zukunft nach oben ausbrechen kann. In diesem Fall wäre also dann mit langfristig eher weiterfallenden Kursen zu rechnen. Gut und abschließend werden wir noch einen Blick auf den S&P 500 im hier vorliegenden Wochenschart. Da sehen wir, dass wir aktuell bereits den Trendkanal hier nach unten durchbrochen haben und derzeit Kurs nehmen auf den 50er EMA, der bei 4.249 Punkten notiert. Wir notieren im außerbürstlichen Handel am heutigen Freitag im S&P 500 derzeit bei 4.266 Punkten. Nur noch etwas darüber. Sollte es also weiter tiefer gehen und wir auch den 50er EMA hier am Wochenstrand nach unten durchbrechen, würde ein weiteres Schweckesignal entstehen, was dann auch die bisherige Entwicklung bestätigen würde. Zu sehen ist, wie bereits am Vortag erwähnt, dass wir hier den 10er EMA in den beiden Vorwochen nicht nach oben durchbrechen konnten, womit dann bereits weitere Schwäche angedeutet wurde. Sollten wir also hier weiter nach unten durchbrechen, wäre die wichtige Unterstützung bei 4.200 Punkten die nächste Anlaufmarke. Geht es weiter tiefer, dann wäre wichtig, dass wir im S&P 500 die Ikemoku-Wolke verteidigen könnten. Ansonsten würde sich auch hier die Lage natürlich langfristig eintrüben. Normalerweise ist ab Ende Oktober, Anfang November mit einer Jahresendrallye zu rechnen. Viele Marktteilnehmer rechnen auch mit einer Jahresendrallye. Ich würde das aber davon eher abhängig machen, wie sich nun die Lage im Nause-Konflikt weiterentwickeln wird. Sollte es dort zu einem Flächenbrand kommen, ist eher mit weiterfallenden Kursen zu rechnen. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem Ienge Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem Ienge Markets Morning Call und dem Ienge Markets Chartflash. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein erholsames Wochenende. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg im Kursen. Vielen Dank.